Wir sind heute in der Rudolf-Diesel-Realschule, das ist eine städtische Realschule in München und zwar sind wir in der Zweigstelle der Trojanusstraße. Die Transfermaßnahme ist, dass Schüler, Senioren erklären, wie sie mithilfe von Internet und Handy ihre Mobilität nachhaltig planen können. Und wir wollen dadurch erreichen, dass die älteren Menschen weniger mit dem Auto unterwegs sind und die öffentlichen Verkehrsmittel wieder mehr nutzen. Also mein Problem ist, dass ich mir gar nicht vorstellen kann, welche Möglichkeiten diese Geräte alle bieten. Und darum ist es schon sehr interessant für mich zu sehen, was machen die draus. Also ich habe an der Transfermaßnahme teilgenommen, weil ich selbst eine Oma habe, die nicht so besonders affin mit der Technik ist. Und ich wollte ihnen halt auch erklären, wie man zum Beispiel mit der Trambahn fährt und wie sie die Fahrpläne checken können oder mit dem Zug, wenn sie mal weiter weg fahren. Das fand ich schon sehr interessant. Ja, also ich fand den Kontakt mit der älteren Dame sehr interessant. Sie hat uns auch vieles aus ihrer Kindheit und Jugend erzählt. Ja, ich kann es gut verstehen, dass sie nicht genau wissen, was zu tun ist, weil sie eben nicht in der Zeit aufgewachsen sind. Ja, ich fand es ganz, ganz toll, muss ich ehrlich sagen, weil wir hatten sehr, sehr viel Spaß mit den Schülern. Und überhaupt, dass man jung und alt praktisch zusammenführt, finde ich einfach ganz, ganz toll. Und es geht halt um die Sozialkompetenz der Schüler. Und unsere Schüler sind sehr hilfsbereit und das wollen wir natürlich auch fördern. Und wir haben letztes Jahr wunderbare Erfahrungen gemacht. Zwei Schüler arbeiten jetzt noch ehrenamtlich mit ihren Senioren zusammen. Und insofern wollten wir das auf jeden Fall wiederholen. Und auch die jetzige Klasse hat schon gesagt, dass es gedauert, dass es heute schon vorbei ist. Ich finde es gut, den älteren Menschen zu helfen, auch in die Technik reinzukommen. Probiert es auf jeden Fall die nächsten Jahre auch aus. Es ist interessant, es macht Spaß. Ja. Wir haben die Maßnahme schon mit acht verschiedenen Klassen durchgeführt. Es sollen insgesamt 16 Klassen werden und hatten eigentlich nur positive Erlebnisse bisher. Ja. 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 Ja.